Liebe Yoga-Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Für das heutige Video brauchst du an Hilfsmitteln eine Yoga-Matte und einen Yoga-Gurt. Viel Spaß bei diesem Video. Liege auf deiner Matte, und zwar auf dem Rücken. Habe einen Gurtgriff bereit, zur rechten Seite. Du liegst auf dem Rücken, bringst dir deine Knie entgegen und hältst mit deinen Händen die oberen Schienbeine, Gurt, Griff bereit. Schau hoch in Richtung Decke, Augen lass los Richtung Hinterkopf, die Zahn reingelöst, die Lippen weich, sammel dich. Entspannter Bauch, einatmen, ausatmen. Und jetzt stell deinen linken Fuß auf, sodass der linke Oberschenkel und das linke Schienbein sich in einem 45-Grad-Winkel befinden. Greif zum Gurt, bringe Gurt um deinen Fuß, und zwar mittig um das Fußgewölbe. Der rechte Oberschenkel senkrecht, Schienbein waagerecht. Das ist die Ausgangsposition. Normale Ein-, normale Ausatmung. Streck das rechte Bein. Zieh etwas mit deinen Händen am Gurt und mach den rechten Oberschenkel stark fest. Drück den rechten Fuß, insbesondere die rechte Ferse, hoch. Vorderseite des rechten Oberschenkels fest. Bauch entspannt. Normale Ein-, normale Ausatmung durch die Nase. Bein komplett ausgestreckt. Bauch entspannt. Kehle weich. Atmen. Streck das rechte Knie. Drück die Ferse nach oben. Dann löse auf. Und wechsel die Seite. Stell rechten Fuß auf. Bringe Gurt um den anderen Fuß. Linker Oberschenkel senkrecht. Schienbein waagerecht. Atme ein. Streck das linke Bein senkrecht nach oben. Also 90 Grad. Mit deinen Händen zieh etwas am Gurt. Das Bein komplett ausgestreckt. Vorderseite des linken Oberschenkels fest. Bauch entspannt. Und Kehle weich. Atmen. Lippen weich aufeinander. Das Bein komplett ausgestreckt. Drück den Fuß in den Gurt. Die Hände ziehen etwas am Gurt. Bauch entspannt. Vorderseite des linken Oberschenkels fest. Stark. Das Bein komplett ausgestreckt. Normale Ein-, normale Ausatmung. Löse auf. Wechsel die Seite. Eine kleine Änderung. Du bringst den Gurt jetzt um die Hacke. Sodass der Gurt fast abrutschen würde. Und streck das Bein. Und jetzt drück die Ferse kräftig in den Gurt. Die Hände ziehen etwas am Gurt. Vorderseite des rechten Oberschenkels stark fest. Als ob die Vorderseite des rechten Oberschenkels die Rückseite des Oberschenkels ausfüllt. Hände ziehen etwas. Rechtes Knie gestreckt. Rechte Ferse drückt in den Gurt. Rechter Oberschenkel stark fest. Bauch entspannt. Lippen weich. Normale Ein-, normale Ausatmung. Löse auf. Wechsel die Seite. Stell den rechten Fuß auf, sodass der rechte Oberschenkel, Schienbein, 45 Grad Winkel ist. Linke Oberschenkel senkrecht. Und streckt jetzt das Bein nach oben. Drückt die linke Ferse in den Gurt. Vorderseite des linken Oberschenkels stark. Als ob die Vorderseite des Oberschenkels die Rückseite ausfüllt. Zieh am Gurt. Ferse nach oben. Halt das Gesäß am Boden. Insbesondere die linke Seite des Gesäßes. Zahn reingelöst. Lippen weich. Normale Ein-, normale Ausatmung. Das Bein komplett ausgestreckt. Subta Pana Gustasna 1. Löse auf. Stell die Füße auf. Lege deinen Gurt zur Seite. Bring dir die Knie zur Brust. Umfass mit deinen Händen die oberen Schienbeine. Kehle weich. Lippen weich. Sammel dich. Streck die Arme senkrecht nach oben. Handflächen spiegeln sich. Atme aus. Bring die Arme über Kopf. Daumen berühren den Boden. Dreh die Handflächen um. Streck die Handflächen. Bring die Oberschenkel senkrecht. Schienbeine waagerecht. Das ist wichtig. Und jetzt kann es schon sein, dass es deine Grenze ist. Augen ruhig. Lippen weich. Oberschenkel senkrecht. Schienbein waagerecht. Streck die Arme. Und jetzt streck beide Beine kraftvoll nach oben. Fersen hoch. Sitzbeine nach unten. Oberschenkel fest. Wenn du jetzt merkst, du kannst die Beine nicht richtig strecken. Die Knie sind gebeugt. Dann komm in die Ausgangsposition zurecht. Wo zurück. Wo die Oberschenkel senkrecht sind. Und die Schienbeine waagerecht. Arme gestreckt. Oberschenkel fest. Drück die Fersen nach oben. Atme ein. Bring die Arme hoch. Beug die Knie. Umfasse mit deinen Händen die Schienbeine. Lasse kurz los. Kehle weich. Lippen weich. Lippen weich. Normale ein. Und aufs Atme. Arme senkrecht nach oben gestreckt. Atme aus. Bring die Arme über Kopf. Dreh die Handflächen um. Oberschenkel wieder senkrecht. Schienbein waagerecht. Vielleicht. Vielleicht ist das schon deine Grenze. Wenn du noch Spiel, noch Potenzial hast. Dann streck die Beine hoch. Senkrecht. 90 Grad hoch. Streck die Arme. Oberschenkel fest. Drück die Fersen hoch. Halt die Knie gestreckt. Atme ein und aus. Wirklich sehr lebendige, aktive Beine. Komplett ausgestreckt. Handflächen lang. Ruhige Augen. Urtva Pralarita Padasana. Löse auf. Hände legt aufs obere Schienbein. Lasse kurz los. Bauch entspannt. Kehle weich. Normale ein. Und ausatmung. Streck die Arme wieder senkrecht nach oben. Ausatmung. Bring die Arme über Kopf. Dreh die Handflächen um. Zur Decke. Hände schulterbreit geöffnet. Oberschenkel bring wieder in die senkrechte Position. Schienbeine waagerecht. Atme ein. Streck die Beine. Wie gesagt, ist das deine Grenze. Du kannst die Beine nicht strecken. Komm in die Ausgangsposition. Sonst komm jetzt in die Position, wo die Beine auf 60 Grad gebracht sind. Das ist eine stärkere Herausforderung. Halt die Beine gestreckt. Arme lang. Kiefer gelöst. Zahn reingelöst. Ein- und Ausatmung. Beine komplett ausgestreckt. Atme ein. Bring die Beine zurück auf 90 Grad. Halte. Fersen hoch. Sitzbeine abwärts. Der Bauch möglichst entspannt. Augen ruhig. Lippen weich. Arme gestreckt. Komplett ausgestreckte Beine. Und dann löse auf. Bring die Knie wieder zur Brust. Dann kommen wir zum Sitzen. Setz dich nieder. Und bring dir gleich deine Füße in die Gegenrichtung Gesäß. Halt die Füße aufgestellt. Zieh mit deinen Händen am Schienbein. Heb die Brust. Hebe Hinterkopf. Bring die Hände neben die Hüfte. Brust leicht. Und dann bring die Schienbeine gleich. Das ist der erste Punkt. In die Waagerechte. Und das ist schon für manche einen jetzt sehr viel. Wenn du noch ein bisschen Spiel hast, streck die Arme auf Schulterhöhe. Augen ruhig. Lippen weich. Und wenn du noch ein bisschen Spiel hast, dann streck die Beine. Großzehen auf Augenhöhe. Arme auf Schulterhöhe. Wenn das zu viel für dich ist, bring die Hände neben die Hüfte. Stütz dich ab. Und dann atme aus. Löse auf. Wir wiederholen. Hände ziehen kräftig am Schienbein. So dass du mit dem unteren Rücken nicht so nach hinten ausweichst. Schultern entfernt von den Ohren. Hebe Brust. Schau gerade aus. Hände bringen wieder neben die Hüfte. Streck die Arme. Hebe Brust. Atme ein. Bring die Schienbeine in die Waagerechte. Oberschenkel bleiben. Vielleicht ist das schon deine Grenze. Dann streck die Arme nach vorne. Schulterbreit. Vielleicht ist dies jetzt deine Grenze. Aber wenn du noch ein bisschen Spiel hast, dann streck die Beine. Großzehen auf Augenhöhe. Arme auf Schulterhöhe. Brustkorb leicht. Schau gerade aus. Urtva. Paripurna Navasana ist diese Stellung. Nicht Urtva, sondern Paripurna Navasana. Die volle Botsstellung. Augen ruhig. Lippen weich. Normale ein. Normale Ausatmung. Und noch ein Durchgang. Hände nehmen die Hüfte. Streck die Arme. Hebe Brust. Schau gerade aus. Hebe die Schienbeine wieder hoch. Halt die Brust. Erhoben. Schau gerade aus. Bring die Arme auf Schulterhöhe. Halt die Arme gestreckt. Und wenn du noch ein bisschen Kapazität hast, dann streck jetzt die Beine aber komplett durch. Streck die Fersen. Knie gestreckt. Brustkorb erhoben. Arme gestreckt. Schau gerade aus. Und löse auf. Paripurna Navasana. Die volle Botsstellung. Und dann roll dich langsam ab. Leg dich auf den Rücken. Bring dir die Knie entgegen. Umfass die oberen Schienbeine. Das war heute die kleine Sequenz Yoga für den Bauch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Okay. révärende du. Untertitelung des ZDF, 2020